Reiß dich zusammen. Ja, schöne Scheiße. Ja, richtig. Naja, so richtig doof nicht, aber auch nicht richtig gut. Boing. Voll vor dem Baum gerannt, Alter. Boing. Blöde Hund. Alter, geht mir schon mal. Alter, geht mir schon wieder der Arsch auf Grundeis. Junge Adrenalin und das ganze Programm. Willkommen. Der dumme Hund. Wenn meine Pläne durchkreuzt. Mann, ich muss Entscheidungen fällen, so schnell wie es geht, Mann. Oder sehe ich meinen Sniper schon? Oh. 150 Meter. Warte. Da hat sich hingelegt. Das war's für heute. Helm retten Leben. Er hat mich, glaube ich, nicht vor den Helm geschossen. Den Helm hat er noch nicht getroffen. Ich sitze natürlich richtig beschissen hier. Aber wahrscheinlich so beschissen, dass ja keiner herguckt. Das steht möglicherweise... Ich bin wieder vorbei. Jetzt habe ich wahrscheinlich... Ja, es war auf 150 Meter noch genullt. Oh! Nee, habe ich, habe ich. Okay. 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 Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Wenn das auch lustig wird, habe ich auch die Quest auf Streets. Da muss ich 8 oder 10 Sniper vom Dach schießen. Okay. 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 Ich weiß auch nicht, weil wir ihnen... Nee, ey, alle auszu palabras was,... Da hat er mir den Arsch aufgerissen. Die Freude war groß. Aber ey, muss doch auf ihm drauf gewesen sein. Jetzt hat er mir einer von Helm gedeppert, Alter. Der Idiot. Jetzt sehe ich Sterne. Ah, er hat sich ja festgebissen. Alter, wieso treffe ich ihn denn nicht? 100 sind doch zu weit, aber irgendwie 50 war ich auch auf ihm drauf und es hat nichts gebracht. Wenn er seiner sieht, dann lacht er sich kaputt. Jetzt hat er Helm wirklich Leben gerettet, also jetzt war er wirklich. Da kann man sich nicht beschweren. Hier sehe ich ihn aber jetzt nicht so gut. Aber mal jetzt im Ernst, Mann. Er ist tot, oder? Da hängt ein nasser Lappen über die Wäscheleine. Ja. Da habe ich noch eine mitgegeben. Ah, da ist auch nicht gut. Sagt die Uhrzeit 25. Was sieht bei uns? Weiß ich nicht. . Wir haben noch nicht. Ich rufe. Da habe ich noch nicht. Ich rufe, ich rufe. Nein. Ja. Und da geht es damit. Ich rufe, ich rufe, ich rufe. Out plus up. Oh, ich kann die Knifte nicht höher heben. Geht weiter. Fahr weiter. Wollen die mich jetzt verarschen? Bauen die hier jetzt einen Campingplatz auf oder was ist hier los? Oder warten die jetzt hier bis einer, bis noch mehr aus dem Ressort kommen? Oh Mann, verpisst. Verpisst euch. Oder sind die jetzt weg? Nee, das war so laut und dann war abrupt Ruhe. Das kann nicht sein. Man muss doch hören, wie sie leiser werden. Wie sie sich entfernen, sozusagen. Aber ich weiß nicht. Ob das hier Audio-technisch Ob das so mitspielt? Nicht, dass die schon längst raus sind. Ich liege ja immer noch. Och Mann, ich will doch bloß meine Sniper schießen. Mann. Ihr habt doch gelootet. Macht euch jetzt aus dem Staub. Nee, ich muss es riskieren jetzt. Oh, mein Sniper. Ja, ja, ich komme ja schon. Bleib am Leben. Was? Tod. Auch tot. Oder liegt er da nur? Ach, das ist doch Mist jetzt. Wir haben doch gerade noch so fröhlich mal Lucht. Nee, da bewegt sie auch nicht mehr. Oh, nein. In. ин. Das war's. 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 Das war's.